So, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie das CSS Position Attribute so richtig funktioniert, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Wir sehen uns nämlich an, wie Position Absolute, Position Sticky, Relative, Static und auch Fixed in Produktion richtig eingesetzt werden können. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute geht es um CSS und zwar um ein absolutes Beginner Video. Wir werden uns nämlich CSS Position angucken, wie das Ganze funktioniert, wie ihr das einsetzen könnt, wie es mit allem zusammenarbeitet und funktioniert. Diese ganzen Punkte werden wir heute in diesem Video behandeln, also ihr müsst nichts wissen. Wir nutzen reines CSS, keine Pre-Processoren, keine Tricks und andere Features, sondern wirklich eine reine CSS Datei. Natürlich ein bisschen HTML, damit wir irgendwas auch bewegen können und stylen und vor allem positionieren können. Aber ansonsten machen wir hier eigentlich nur Basic Stuff. Ansonsten, wenn ihr aber Fragen oder Probleme habt, euch mit Gleichgesinnen austauschen wollt oder mal fortgeschrittenere Nutzer um Hilfe fragt, dann unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Discord, da könnt ihr der Community joinen. Wie gesagt, euch mit anderen austauschen und ansonsten legen wir jetzt los und gucken uns an, wie Position so wirklich funktioniert. Auf geht's! So wie immer in meinen CSS Basic Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu der Mozilla Dokumentation. Da findet ihr, wie ihr seht, jede Menge nützliche Informationen zu allen möglichen Eckdaten dieses CSS Attributs. Wir werden uns das meiste auch im Laufe dieses Videos angucken. Wer dennoch einfach mehr Informationen haben möchte, kann das unten in der Videobeschreibung einfach anklicken und sich hier in Ruhe durchlesen. Allerdings legen wir jetzt los mit der Browser-Kompatibilität, also weiter geht's. So wie in jedem meiner CSS Basic Videos gucken wir uns erstmal die Browser-Kompatibilität dieses CSS Attributs an. Und hier muss man sagen, Position wird, wie ihr seht, wunderbar supported. Also fast alle Browser in allen Versionen ist grün, außer hier ein fast 10 Jahre alter Opera Browser. Den könnt ihr eigentlich aber getrost ignorieren. Der wird global 0% genutzt. Von daher muss man sagen, darauf muss man keine Rücksicht mehr nehmen. Rücksicht muss man allerdings auf eine Version von Position legen, und zwar Position Sticky. Wie ihr seht, ist das noch ein Working Draft, also es ist noch kein quasi Standard. Aber man muss sagen, dass alle neuen Browser-Versionen das wunderbar supporten. Allerdings natürlich der E nicht, der mittlerweile gestorben ist. Von daher können wir den getrost ignorieren. Und hier auch der Opera Mini und der Opera Mobile. Ebenfalls diese 10 Jahre alte Version unterstützen, ist noch nicht so richtig. Aber ich denke, darauf kann man, also das kann man einfach getrost ignorieren und Position Sticky daher auch in Produktion ohne Bedenken einsetzen. Zumindest hatte ich in den letzten Jahren noch nie Probleme damit, und ich nutze es relativ viel in verschiedenen Projekten. So, und es geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Und zwar als erstes müssen wir verstehen, dass Position nicht alleine benutzt werden kann. Dazu Position gehören noch fünf weitere CSS-Attribute, nämlich einmal Top, Left, Right und Bottom. Mit diesen vier Attributen definiert ihr die vertikale bzw. horizontale Ausrichtung eures Elementes und der sogenannte Z-Index-Wert, der bestimmt, ob sich euer Element über andere Elemente, die ebenfalls mit Position definiert wurden, drüber schiebt. Also ihr könnt damit quasi einfach verschiedene Ebenen aufbauen, das gucken wir uns gleich aber noch im Detail an. Die Werte Top, Left, Right, Bottom werden dabei einfach durch jede Art von CSS-Maßeinheit definiert. Also ihr könnt hier Pixelwerte, Prozentwerte, Rem, aber auch relative Werte wie View-Height oder View-Wiz benutzen, um die Position zu definieren. Z-Index hingegen nimmt einfach nur einen normalen Zahlenwert, also 1, 2, 10 ohne eine Maßeinheit. Damit definiert ihr einfach nur die Ebene, auf der sich das Element befindet. Aber wie genau funktioniert die Positionierung? Wenn wir als Beispiel hier eine Box haben, nämlich Punktbox, das ist einfach nur eine Diffbox mit einer CSS-Klasse und wir haben hier eine Positionierung von Top und Left mit 5 Pixel bzw. 20%, dann sehen wir, dass die obere linke Ecke unseres Elementes als Ankerpunkt gilt, auf was sich die Positionierung auswirkt. Wenn ihr also diese beiden Attribute benutzt, bezieht ihr euch immer auf die obere linke Ecke eures Elementes und nicht den Mittelpunkt. Wenn ihr das machen möchtet, gibt es hier allerdings einen Trick. Und zwar kann man mit Position Translate mit minus 50% in der horizontalen und vertikalen Ausrichtung das Element genau zentriert positionieren, was ich auch in diversen meiner Videos schon benutzt habe. Und es ist sehr praktisch, wenn ihr halt genau den Mittelpunkt benutzen wollt und nicht die obere linke Ecke. Eine weitere sehr wichtige Verhaltensweise ist, wenn ihr zum Beispiel ein Element habt, das Top und Bottom jeweils 25 Pixel bekommt. Also ihr habt eine Positionierung vergeben, aber das Element, was ihr stylen wollt, hat die Höhe Auto. In dem Moment haben wir das Problem, dass sich unser Element in der Höhe verändert. Also die Höhe passt sich quasi der Positionierung an und nicht umgedreht. Das ist sehr praktisch, wenn ihr beispielsweise eine Sidebar über 100% eurer Screenhöhe definieren wollt oder einen Header beispielsweise 100% der Weite, wenn ihr hier Left und Right benutzt. Auf diese Weise könnt ihr quasi Elemente an der Größe verändern und gleichzeitig mit Position in der eigentlichen Positionierung verändern. Ist ein sehr praktisches Verhalten, was ich auch in diversen meiner Tutorials schon verwendet habe. So, was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist das sogenannte Z-Index-Verhalten. Wir haben hier zwei Div-Boxen. Beide Div-Boxen sind über CSS-Klassen definiert, also Box 1 und Box 2. Prinzipiell haben die beide auch dieselben Attribute, also Position Absolut, Top 50 Pixel und Left 50 Pixel. Das bedeutet, dass das Verhalten dieser Boxen wie folgt aussieht, und zwar rutschen sie übereinander. Prinzipiell gilt aber, wir wollen vielleicht Box 1 im Vordergrund haben. Hierfür können wir hingehen und sagen, Box 1 bekommt von uns den Z-Index-Wert 2 und den Z-Index-Wert 1. Wenn wir jetzt auch noch bei Box 1, wie ihr seht, 30 Pixel Top und 60 Pixel Left vergeben, rutscht unsere Box 1 ein Stück weit rüber, ein Stück weit hoch und legt sich über unsere zweite Box drüber. Damit können wir quasi Layering in CSS definieren und verschiedene Elemente übereinander stacken, beziehungsweise einfach wie in Photoshop verschiedene Ebenen erzielen. So, dann gucken wir uns mal die erste Ausrichtungsvariante an und in diesem Fall Position Static. Wenn ihr ein Element zum Beispiel über eine CSS-Klasse, in diesem Fall Box, über Position Static positioniert, passiert das folgende. Dieses Element wird sich einfach nur so verhalten, wie es sich normal verhalten würde. Position Static ist nämlich die Default-Definierung und überschreibt auch Top, Left, Right, Bottom und den Z-Index. Also diese fünf Attribute haben keinerlei Auswirkung, sofern ihr einer Klasse Position Static übergebt. So, die nächste Positionierungsvariante, die wir uns angucken wollen, ist die sogenannte Positionierung Relative. In unserem Beispiel habe ich drei Div-Boxen, zwei davon haben die Klasse Normal, eine hat die Klasse Box. Unsere Box habe ich hier Position Relative zugewiesen und einen Abstand von oben, Top 15 Pixel, und einen Abstand von links, Left 15 Pixel zugewiesen. Das würde sich wie folgt behalten, und zwar bekommt unsere Box ein Offset zu ihrer ursprünglichen Positionierung. Also Top und Left bezieht sich hierbei auf die ursprüngliche Position unserer Box und verschiebt diese hier einfach nur im DOM um den entsprechenden Wert. Das Coole ist, wir können jetzt auch Z-Index verwenden. Wir können also beispielsweise unseren beiden Normal-Boxen Z-Index 2 zuweisen und ebenfalls Position Relative und unserer Box den Z-Index Wert 1. Das hätte die Auswirkung, dass unsere beiden Normal-Boxen sich über unsere Box schiebt und damit quasi einen anderen Layer erhält. Das Coole ist bei Position Relative, ihr behaltet weiterhin die Positionierung, zum Beispiel von einem Grid-System oder einer Flexbox, aber könnt quasi einen Offset definieren. Was sehr cool ist, wenn ihr beispielsweise irgendwelche Mouse-Over-Effekte, aber auch Stacking-Effekte nutzen möchtet, die ziemlich einfach umzusetzen sind, ohne halt eure relative Positionierung zu überschreiben. So, dann gucken wir uns mal das wohl am meisten genutzte Verhalten an, und zwar Position Absolute. Auch hier habe ich unserer Box wieder Top-Left 15 Pixel gegeben, allerdings ist das Verhalten ein gänzlich anderes im Vergleich zu Relative. Und zwar wird sich unsere Box an den oberen linken Rand unseres Browser-Fensters verschieben und nicht einfach da bleiben, wo es vorher war. Unsere beiden Siblings-Elemente würden das Ganze auch so interpretieren, als wenn das Element, was mit Position Absolute positioniert wurde, niemals existiert hätte. Also es wird komplett aus dem DOM und aus dem jeweiligen Kontext rausgerissen und absolut positioniert. Diese absolute Positionierung richtet sich dabei immer an dem sogenannten Containing-Block-Element aus, also an dem quasi nächsthöheren Element, was in irgendeiner Form ein Containing-Block ist, und das können wir manipulieren. Indem wir beispielsweise einen Parent vergeben und hier Position Relative, aber auch Absolute, Fixed oder in unserem Fall auch Sticky vergeben. In dem Moment würde sich unser Containing-Block-Element verschieben und unser Parent würde zu unserem neuen Containing-Block-Element werden. Damit können wir quasi die Positionierung absolut im Verhältnis zu dem jeweiligen Containing-Block definieren und ziemlich coole Effekte erzeugen, wie wir in diversen Videos auf diesem Channel auch schon gezeigt haben. So, dann gucken wir uns mal die nächste Version der Positionierung an, und zwar Fixed. Wie auch gerade in dem Beispiel habe ich hier drei Div-Boxen, zwei mit der Klasse Normal, eine mit der Klasse Box. Unsere Box hat dabei Position Fixed und Top Left 15 Pixel bekommen. Das bedeutet, dass unsere Box sich am oberen linken Rand unseres Fensters ausrichtet und dort bleibt. Unsere beiden Siblings-Elemente verhalten sich so, als wenn unsere Box niemals existiert hätte. Das Coole ist aber, anders als bei Position Absolute, dass Position Fixed nicht als Containing-Block das in Klammern reale Element des Parents nimmt, sondern immer den Viewport des Browsers, also den aktuell sichtbaren Bereich eures Browsers-Fensters bzw. eurer Website. Das bedeutet, wenn ich beginne zu scrollen, wenn ich ein Element Position Fixed positioniert habe, verändert sich quasi die Positionierung des Viewports, aber nicht die Positionierung eures Elementes. Das bedeutet, ihr habt das quasi fixiert am Browser-Fenster. Damit kann man alle möglichen Arten von coolen Sticky-Elementen bauen, aber ihr könnt natürlich auch den Set-Index benutzen. Das heißt, wenn ich beispielsweise unserer Box Position Fixed gebe und Set-Index Ebene 1, unseren beiden Normal-Elementen, aber Set-Index Ebene 2, verschieben unsere Normal-Elemente sich über unser absolut bzw. in diesem Fall fix positioniertes Element. Das Ganze ist ziemlich cool für verschiedene Arten von Effekten, von Social-Media-Sharing-Buttons, fixierten Headern oder Werkzeugleisten in verschiedenen Projekten und findet eine ganze Reihe von Anwendungsbeispielen in der Praxis. So, dann gucken wir uns mal die letzte Positionierungsvariante an, und zwar Position Sticky. In diesem Beispiel habe ich wieder unsere drei Default-Diff-Boxen, zwei Normal- und eine Box und natürlich habe ich hier ein Parent. Das Parent dient dabei direkt als Containing-Block für unser Box-Element, was wiederum über Position Sticky und Top 15 Pixel positioniert wurde. In dem Moment, wenn ich beginne zu scrollen, verändert sich das gar nicht wirklich. Also unsere Box wird ganz normal in Abhängigkeit ihrer relativen Positionierung angezeigt und scrollt auch ganz normal entsprechend ihres Parents mit innerhalb des View-Bereis. In dem Moment, wenn aber das Parent-Element den Threshold, also den Viewport, erreicht, in dem Moment beginnt unsere Box, sich quasi fix in Relation zu ihrem Containing-Block-Element zu verhalten. Also wir haben eine Positionierung fixed innerhalb unserer Containing-Box. In dem Moment, wenn ich jetzt weiter scrolle, bleibt das auch weiterhin alles da, bis zu dem Moment, wo unsere Box quasi die Grenze des Containing-Block erreicht. In dem Moment scrollt sie wieder mit und verhält sich ganz normal wie eine normale Def-Box und scrollt außerhalb unseres View-Bereis. Das ist extrem praktisch in der Praxis, um beispielsweise eine Überschrift mit scrollen zu lassen, aber nur innerhalb ihres jeweiligen Paragrafen, also beispielsweise nur innerhalb ihrer Gültigkeit. Aber auch für andere Elemente ist es sehr praktisch, wenn ihr beispielsweise eine Überschrift innerhalb einer Sektion, eine Hilfe-Box innerhalb einer Sektion mit scrollen wollt, aber nicht über die gesamte Seite, sondern nur innerhalb eines gewissen Bereichs. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz ohne Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr mich supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.